Ich gratuliere. Sie wurden soeben vom ältesten und erfolgreichsten Geheimbund aus fünf Männern entführt. Lord Loddington, unserem hochrangigsten Mitglied. Dem einstigen australischen Medienmogul Bruce Baldwin. Dem Ex-Angehörigen von Putins Oligarchie Mishu Ivanov. Alice Coopers frühere Manager, Shep Gordon. Und Ihnen. Herrn, die Mann von der Straßennummer kommt jetzt von Twitter. Bitte, geben Sie mir noch eine Chance. Vielleicht wartet was Besseres auf Sie. Ich muss jetzt nach Dubrovnik. Ich wiederhole, nach Dubrovnik. Was ist Dubrovnik? Eine Umschreibung, dass man dir den Finger in dein Nein-Nein-Loch steckt? Irgendwas ist faul in diesem Pentaverat. Ich weiß schon, wie wir dich ins Pentaverat kriegen. Was haben Sie zu verlieren? Mit so einer Story wie dem Pentaverat kriegen Sie überall einen Job. Wo kommst du her, Junge? Als du geboren bin, bin ich in Toronto. Nein, deine Mutter hat dich versehentlich ausgeschissen. Das ist nicht sonderlich nett. Und völlig unmöglich. Mord! Was soll das? Werden Sie mich umbringen? Die Welt da draußen hält Sie für tot. Die Zukunft der ganzen Menschheit steht auf dem Spiel. Ich will aber keinen Druck machen. Ich bin bereit, Junge! Lass das Initiator beginnen. Jetzt mal unter uns. Gibt's die Illuminati wirklich? Ja. Aber Beyoncé und Jay Z gehören bedauerlicherweise zu Ihnen. Jetzt kapier ich, worum es in Lemonade geht. Ja. Ja. Wir sind, äh... Oh, die Illuminati? Nein, nein, nein. Wir sind, äh... Oh, äh... Freimaurer. Das beschissene Pentaverat. Das Pentaverat-Arschloch. Ja. Er ist ein blöder Schmuck. Das Penta was für ein Scheiß? Das Penta was für ein Scheiß?